hallo liebe bastelfreunde bei one to do gab es im februar eine herausforderung verwendet werden sollte ein kochlöffel und ein kugelschreiber ja da habe ich mir gedanken gemacht und das ding ist dabei rausgekommen ein kleines windspiel verwendet habe ich den kochlöffel als basis und der kugelschreiber ist hier in den würmern verbaut die das huhn aufpickt und jetzt seht ihr erst mal gleich das windspiel in aktion und dann wie es gebaut wird viel spaß so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020